So, jetzt wurde er hochgelegt und jetzt wird er gespannen. Jetzt ist er fisch, auch heim. Und jetzt kommt der Rebel an den Moment. Den machen wir jetzt wieder fisch. Und dann wird er mal Heel angesetzt, ja? Und dann hochgehebt. So, jetzt ist er frei. Jetzt gehen wir wieder runter. Heben wir ihn hoch, bis er da wieder auf dem Rundding aufliegt. Und dann wird er abreißen. Das war jetzt der Vorgang. 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 Das war jetzt der Vorgang.